Wir gehen auf Platz Nr. 3. Sehen Sie den Signor Emil und den Thürich Mario. Sieger Platz 1 für den Feldhof. Auf Platz 1 haben zusammengegriffen Morganer Adrian und Vicky Beat. Siegericht Platz 5 dort in Marcel. Auf Platz 5 sehen Sie jetzt gerade unsere Sagmeldechler, die schauen, dass die Plätze den ganzen Tag tiptop zweig sind. Ich glaube, Sie machen einen guten Job, einen super Job und auch das ist ein Applaus wert für die Mannen in der Übung. Applaus Sie können sich Dank geben, der Ruf und Roger mit dem Thius. Applaus Applaus Nein, nein, nein. Ich reise es. Machst du es voll viel? Ja, ja. Ja, ja. Ja, ja. Ja, man. Man muss hier sein. Du bist hier. Ja. 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 Ja, nein, nein, nein. Ja,�를ste den? Ja. Auf! Hier auf Platz 1 ist der Morgenradion. Auf dem 4. Rolstein-Chistion. Auf dem Platz 1 haben Sie die Kante der Rot-Martin mit Brüche-Stefan. Gute Schlöchen-Chistion. Gut. Fünf Sekunden. Auf Platz 2 sehen Sie sich der Ferberreis und der Kühlbierwin. Komm, Maro! Jetzt, komm! Gut, halt, Batsch! Baut, komm, ich komme! Komm, Maro! Beidere! Komm, komm, komm! Komm mit! Komm mit! Komm mit! Lepp ihn, lepp ihn! Gut! Komm mit! Komm mit! Komm mit! Komm mit!